Wer mich kennt und meinen YouTube-Kanal verfolgt, weiß, was ich von einer ganz bestimmten Waffenmarke halte. Wir sprechen über Glock. Ich lasse mich im Moment, echt zu meiner Schande, ich habe überlegt, ob ich dieses Video überhaupt mache, ich lasse mich im Moment auf ein Spiel ein. Mein Büchsenmacher, Timo Zindl von zpw.meus.germany.de, hat mir eine Glock 17 Gen 4 zum Testen überlassen. Ich möchte mit dieser Glock ein bisschen testen und gucken, ob ich in der Lage bin, mit deiner Glock überhaupt klar zu kommen. Denn Stand heute war das eigentlich nie so wirklich der Fall. Wir werden jetzt anfangen mit einem kleinen Unboxing. und ich werde dann nach meinen ersten Eindrücken, die ich sammeln konnte, eine kurze Beschreibung der Waffe nochmal abgeben und dann mein erstes Fazit. Das wird eine Videoreihe werden über die Gen 4. Einfach nur, um auch die Zeit zu verfolgen, ob ich mich überzeugen lasse von dieser Waffe oder eher nicht. Viel Spaß. Wir haben hier eine Glock 17 Gen 4 FS. Das ist eine limitierte Auflage der Glock 17, die, ich habe im Internet unterschiedliche Aussagen dazu gefunden, im Mai oder auch im August 2017 in eingeschränkter Auflage herausgebracht wurde. Kurz die technischen Daten. Wie gesagt, Glock 17 Gen 4 FS Limited Edition, Kaliber 9 mm Luger. Das Gewicht inklusive eingestecktem Magazin beträgt 705 Gramm, mit vollgeladenem Magazin 915 Gramm. Das Magazin umfasst 17 Schuss. Der Lauf hat eine Länge von 114 Millimetern. Das entspricht 4,49 Zoll, also 4,5 Zoll. Die UVP für diese Limited Edition der Glock betrug 763,60 Euro. Was bekommt man für diese 763 Euro? Nun, wie gesagt, das ist eine Sonderserie gewesen, limitierte Auflage, mit dem Zusatz FS. Das FS steht für Front Serrations. Das bedeutet, wir haben vorne am Schlitten solche Rillen, um nicht nur hinten durchladen zu können, sondern auch vorne oder diesen Press Check zu machen, Ladestand überprüfen. Bei Glock, die haben irgendwie, keine Ahnung, die Gedanken falsch rum gemacht. Jedenfalls wird der Kofferraum falsch rum aufgemacht. Das heißt, die Laschen werden nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten geöffnet. Und, muss man beachten, sonst fliegt das ganze Gelubs unter, äh, herum. So, ich nehme das mal quer. So, wir haben, wie üblich, die üblichen Papiersachen dabei, Bedienungsanleitung. Eine Anschlussscheibe habe ich jetzt hier bei dieser Waffe nicht dabei gehabt. Ob das bei Glock überhaupt eine dabei ist, keine Ahnung. Wir haben eine Nylonbürste, wir haben einen Kunststoffputschstoff mit Patchadapter. Braucht kein Mensch eigentlich, aber gut. Also, ich brauche sie jedenfalls nicht. So, dann haben wir natürlich die Pistole, inklusive Reservemagazin und in Summe vier Backstraps. Zwei Backstraps mit einem Beaver Tail, zwei ohne. Zusätzlich hat dieses Modell, die FS, einen verlängerten Magazin-Halteknopf, einen vergrößerten Verschlussfanghebel und, wie erwähnt, die Front Serrations im vorderen Bereich, um diesen quasi Press-Check zu machen, die Waffe zu öffnen. Oder halt einfach nur kurz gucken, ist die Kanone geladen. Das ist das, was man für die 763 Euro bekommt. Die FS-Variante gab es für die Glock 17 und Glock 19 damals. Wie gesagt, laut Glock-Webseite seit August, laut All4Shooters seit Mai 2017. Also unterschiedliche Aussagen. Das ist im Grunde genommen das Unboxing mit dem gesamten Lieferumfang, den man bei dieser Waffe mitbekommt. Es gibt bei dieser Waffe Pros und Contras. Ich hatte die Möglichkeit, die Waffe zu schießen, habe ungefähr 50-60 Schuss durchgemacht auf unterschiedlichen Entfernungen. Und hatte einen anderen Griffrücken drauf. Den musste ich zwangsweise runter machen. Und das ist aus folgendem Grund. Ich finde es ein bisschen unglücklich gelöst, wie Glock sich entschieden hat, dieses Thema mit den Backstraps zu machen. Wo ich zum Beispiel bei anderen Plattformen, wie der CZ P07, P09 hingehe und ich nehme tatsächlich hinten den verbauten Backstrap komplett raus und tausche ihn durch einen anderen aus, habe ich hier meine Grundgröße von der Waffe und diese Backstraps werden von hinten aufgesteckt. Und damit vergrößere ich ja bereits den vorhandenen. Schade finde ich es halt deswegen, weil diese Backstraps machen den Griff für mich zu groß. Das heißt, ich kann von diesen Backstraps keinen benutzen, obwohl ich sehr gerne den Beavertail einsetzen würde. Geht aber nicht. Finde ich ein bisschen unglücklich gelöst. Aber okay, muss man mit leben. Dann schieße ich halt ohne Backstrap. Aber das hätte man durchaus anders lösen können in meinen Augen. Aber das, denke ich mal, ist Geschmackssache. Wie gesagt, ich konnte diese Waffe bereits schon schießen. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe gar nicht mal so schlecht damit geschossen. Geschossen habe ich auf 7 Meter, 10 Meter, 15 Meter und 18 Meter. Die Treffer waren alle leicht links tief. Das kann aber an der Grifftechnik liegen. Denn YouTube ist hier mein bester Freund. Ich habe ein bisschen gestöbert und bin darauf gestoßen, dass man halt eine Glock ein bisschen anders halten muss als andere Pistolen. Was mir aufgefallen ist bei der Glock, was ich ein bisschen unglücklich gelöst finde, ist halt diese Safe-Action-Sicherung. Das Ding sitzt ja bekanntlich genau in der Mitte. Sie lässt sich aber nicht flächenbündig reindrücken, um das Ding komplett verschwinden zu lassen. Das heißt, es ist immer so ein leichter Pinockel, der da vorne absteht. Und das tut mir persönlich, ich habe relativ dünne Finger, der ist dünnhäutig, tut mir echt nach ein paar Schuss der Finger schon ein bisschen weh. Das liegt ein bisschen an dem harten Abzug. Das liegt ein bisschen an der Konstruktion. Coole wäre es gewesen, wenn dieser Pinockel, dieser Sicherungsstift, tatsächlich komplett sich hätte reindrücken lassen, bis es verschwunden ist. Damit man eben dieses Ding nicht mehr beim Schuss spürt. Aber okay, es ist halt einfach so. Das Zerlegen einer Glock geht gewohnt einfach. Runterziehen, fertig. Da braucht man, denke ich mal, nicht wirklich viel dazu zu sagen. So, das ist jetzt das Unboxing gewesen. Und jetzt gehen wir zurück ins Studio. Wie gesagt, ich hatte die Möglichkeit, die Glock 17 Gen 4 FS schon zu schießen. 50, 60, 70 Schuss habe ich durchgemacht. Das ist das Ergebnis. Dafür, dass ich eigentlich ein bekennender Anti-Glocker bin, ist das Ergebnis gar nicht mal so schlecht. Und ich habe mich mit Timo verständlich, ich lasse mich jetzt einfach mal auf das Spiel ein. Und der Teufel will es, es kann passieren, dass es dann tatsächlich auch auf meiner BBK landet. Das werden wir dann sehen. Bis jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin nicht begeistert von dieser Abzugstechnik. Aber ich erkenne auch durchaus seinen Sinn und Zweck. Ich hatte ja bereits beim Unboxing so diese Pros und Contras ein bisschen erwähnt. Und die meine ich durchaus ernst. Denn wenn ich, wie gesagt, hier hinten bereits eine Griffgröße habe, die mir passt, ich aber gerne diesen Beaver Tail hier hinten drauf haben würde, warum hat man das nicht anders da gelöst? Das fände ich persönlich ein bisschen cooler. Aber okay, muss man halt mit leben. Ich kann auch so damit schießen ohne Beaver Tail. Das ist nicht das Problem. Auch wie erwähnt, lagen meine Treffer, wie ihr auf der Scheibe gesehen habt, alle so ein bisschen links unten. Nun, ich habe daraufhin gleich ein bisschen gegoogelt, weil ich nicht der Einzige bin. Das ist ein verbreitetes Thema bei der Glock, wie ich mitgekriegt habe. Und das, was ich gesehen habe, ist, und anscheinend gelernt habe, ist, man muss die Glock ein klitzekleines bisschen anders erhalten als eine andere Pistole, wie eine 1911er, eine CZ oder wie auch immer. Und das bedeutet, ich muss laut der Beschreibung in den Videos meine Schusshand komplett locker halten und dafür mit der linken Hand richtig festhalten. Und zwar so fest, dass ich im Grunde genommen mit einer, im Grunde genommen quasi den Abzug ziehen kann, ohne dass ich mit meiner rechten Hand groß am Griff dran bin. Das würde dann im Großen und Ganzen quasi so aussehen. Vom Ablauf her. Ich werde es probieren. Ihr werdet auf jeden Fall mit dabei sein und auch, ich werde euch hier auf dem Laufenden halten. Ich finde diese Frontierations ziemlich cool, weil die dieses Moderne, was man gerne macht, um halt kurz mal hier diesen Ladezustand zu überprüfen, mit anbieten, was ansonsten immer nur über hinten ging oder mal da vorne an der Mündung oder wie auch immer. Das finde ich eigentlich relativ gut. Das Durchladen geht relativ easy bei dieser Waffe. Also, ziemlich cool. Bis jetzt ist mein Eindruck nicht wirklich 100% negativ, aber auch nicht positiv. Ich werde wahrscheinlich auch nie ein wirklicher Glock-Lover sein. Aber, wie erwähnt, ich lasse mich jetzt auf das Spiel ein. Und ich weiß auch, ich werde Spott und Häme dafür bekommen, weil ich ja bekennender Anti-Glocker bin. Aber, wie gesagt, wir werden sehen, was am Ende des Tages dabei rauskommt. Also, nochmal ganz kurz beschrieben. Glock 17 Generation 4 FS steht für Frontierations. Da haben wir sie. Wir haben eine Stahlkimme, starr, und ein etwas längeres Stahlkorn mit Leuchtpunkt, Kimme, White Outline. Wir haben einen verlängerten Verschlussfanghebel und ebenso umbaubar von rechts nach links verlängerter Magazin-Halteknopf. Mit im Paket zwei Magazine, vier Backstraps in Summe. Das war das Erste aus meiner neuen Videoreihe. Ich weiß nicht, wie ich sie nennen werde. Ken goes Glock, Ken tries Glock, Trial and Error Glock. Wir werden sehen. Glücklich bin ich nicht. Aber, okay, ich habe mich um Timo bezirzen lassen. Ich werde höchstwahrscheinlich sogar versuchen, jetzt die anstehenden Landesmeisterschaften mit dieser Waffe zu schießen. PP1, NPA, PP3. Für PP4 ist sie zu groß. Wir werden aber sehen, wie ich damit dann abschneide. Ich mache das mit vollem Risiko, dass ich da gegebenenfalls die ein oder andere LM total in den Sand setze. In diesem Sinn, macht's gut.